Eine Blockchain ist wie ein digitales Kassenbuch. Dieses befindet sich in Kopie auf zehntausenden Computern des Netzwerks. Führt jemand eine Transaktion durch, erscheint diese auch in allen anderen Kassenbüchern. Eine Kette von Datensätzen – die Blockchain – hält jede Transaktion unveränderbar fest. Eine Transaktion kann nachträglich nicht mehr manipuliert werden. Jeder Teilnehmer kann jederzeit jede Transaktion überprüfen. Das macht die Blockchain zu einer großen Vertrauensinstanz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017